Musik An dem heutigen Event ist das Besondere daran, dass man jeden einzelnen Punkt was mitgenommen hat. Branchenpartner kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen, vielleicht auch aus anderen Branchen, wie gehen die damit um, wie arbeiten die mit den Kunden, wie arbeiten die mit den Leads. Also am allermeisten macht die Zusammenarbeit mit der A&M für mich aus. Es ist authentisch, es ist echt. Hier geht es nicht nur um Geld verdienen oder an allererster Stelle steht der wirtschaftliche Gedanke, sondern es steht allgemein der Prozess und das Weiterbringen des Unternehmens. Vor der A&M hatten wir einen Door-to-Door-Vertrieb und ein Empfehlungs-Marketing-Geschäft und mussten deutlich mehr mit den Leads arbeiten. Also es kam natürlich auch die Masse deutlich weniger bei uns an. Und jetzt seitdem wir bei der A&M sind, können wir uns kaum retten vor Anfragen. Also es war eine super Entscheidung, die wir da getroffen haben. Es hätte kaum besser laufen können. Wir nehmen sehr viele Informationen mit. Die A&M hat das meiner Meinung nach heute sehr gut aufgestellt und ist auf jeden Fall sehr informativ. Und ja, wir haben danach leider eigentlich sogar wieder mehr Probleme, weil wir einiges durch das heute generierte Wissen angehen müssen bei uns. Ich kann absolut die A&M-Beratung empfehlen. Marvin und Alex und auch das gesamte Team stehen immer mit Ratentat zur Seite und man bekommt immer eine gute Antwort und eine gute Lösung präsentiert. mit電-Modern. Beat Handand. Hooran hablar. Wir haben alle системen.